So, tief in der Nacht, 11 Uhr schon, na tief in der Nacht nicht, aber tief genug, als es man seufzen könnte als Streamer, der schon mittlerweile fast drei Stunden streamt. Wir haben den 17. Mai 2019 hier in diesem Modus Real Life. Das ist Zukunft, aber wo, in welcher Welt, irgendwo Science-Fiction gestalten und Technologien und Gebäude und Rassen und Völker, die einem Fremde aber irgendwie zukünftig und exotisch vorkommen, finde vermutlich nicht nur ich, sondern auch mein Co-Moderator heute Abend, das ist Fox. Was ist das für eine Welt? Wie würdest du die beschreiben? Ja, einen wunderschönen guten Abend erst mal zusammen in den Chat. Ja, also, ich liebe ja Fantasy und ich finde, die Welt ist einfach schön gezeichnet. Sie ist nicht übermäßig, grafisch, bombastisch, aber sie ist sehr zweckmäßig. Und ob ich mich jetzt dort unbedingt aufhalten möchte, ist wieder das andere. Wenn ich mir diese Ungetüme gerade angeschaut habe, was du da so bekämpft hast, also das vielleicht eher nicht. Da bin ich mir auch eher unsicher. Okay, dann wollen wir mal zocken. Lieb wäre, wenn ihr im Chat keine Werbung für andere Shops macht, für andere Plattformen, auf denen man Spiele kaufen kann. Das wäre mir eine Freude, wenn ihr das nicht machen würdet. Finde ich auch etwas missglückt, muss ich glaube ich nicht erklären. Auf geht's. Also, wir haben einen Kampf gewonnen, einen Runden-Taktik-Kampf, haben in Amazonia das Gebäude fertiggestellt, mit dem man fortgeschrittene Einheiten bauen kann. Was noch fehlt, ist die in der Forschung durchzuschalten. Eine Forschung haben wir mittlerweile gerade geschafft, das ist das grüne Erwachen. Und wir haben zwei Doktrinen-Operationen, jetzt freigeschaltet, den fortschrittlichen Ackerbau und die ökologische Konstruktion. Und damit können wir in Waldsektoren mehr Produktion gewinnen und damit können wir gewinnen mehr Nahrung pro Kolonist auf Nahrungsplätzen für jeden idyllischen Sektor, der an die Kolonien angeschlossen ist. Also jeder, wenn wir eine Kolonie haben mit maximal vier Sektoren und wir hätten theoretisch, auf jedem, jeder Sektor hätte die Eigenschaft idyllisch. Und in der Stadt wären die vollen 16 Leute und alle 16 Leute würde man reinstellen in die Nahrungsproduktion. Da hätte man 2 mal 16, 32 mal 4, wow, da hätte man über 120 Nahrung und es gibt einen globalen Nahrungspool. Ich hoffe, ich habe mich gerade nicht verrechnet. Das heißt, man könnte theoretisch mit dieser riesengroßen Stadt alles, alles versorgen, was es gibt. Ein ganzes großes Reich. Heftige Vorstellung. Ich hoffe, ich habe mich gerade nicht verrechnet. Falls ja, habe ich keinen Zweifel, dass der Chat mich gleich korrigieren wird. Und das andere, die ökologische Konstruktion, 10 für jeden Waldsektor im Einflussbereich pauschal, also ohne, dass man die Bürger zählt. Das ist vor allem für kleinere Siedlungen natürlich interessanter. Da müssen wir auch mal gucken, wie viele Waldsektoren wir haben. Wir gehen da wieder raus, bevor wir eine neue Forschung einstellen und checken mal. In der Amazonia der Sektor. Wo sind die Sektoren denn hier? Das ist die Sektorproduktion. Heim der schwarzen Materie, das ist hier. Heim der schwarzen Materie, genau. Wir können den Sektor jetzt aufwerten über die Kolonie. Wir haben hier einmal Wald und wir haben einmal Idylle. Jetzt gucken wir uns mal die drumherum an, die Sektoren, die wir uns holen werden. Das ist vermutlich hier die Enge der Eindringlinge. Da gibt es Idylle, aber keinen Wald. Und hier in den Mitleidsebenen ebenfalls Idylle und keinen Wald. Das ist Gebirge, das ist was ganz anderes. Und theoretisch könnten wir uns Nordenia holen. Da sehen wir sofort, da gibt es beides, Idylle und Wald. Also auf lange Sicht profitieren wir mehr von der Idylle. Das ist glasklar. Weil die Stadt dadurch viel schneller wächst. Weil wir können so viele Sektoren anschließen, dass es überall Idylle gibt. Das wäre kein Problem. Das würde eigentlich dafür sprechen. Und das würde dafür sprechen, dass wir das von Beginn an auch so durchziehen. Ich gehe mal hier auf Sektor aufwerten in der Stadt. Okay. Dann müssen wir die Zone wählen. Ich versuche mich gerade reinzudenken. Und dann auf die landwirtschaftliche Ist das das, was wir gerade hatten? Nein. Das ist was anderes. Jetzt schwimme ich gerade ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen. Ist das das, was wir gerade freigeschalten haben? Diese Zonenbewirtschaftung. Das sind strategische Doktrinen, über die wir reden. Wir reden, das sind keine dauerhaften Geschichten. Wir müssen hier irgendwo noch strategische Doktrinen haben. Operationen. Operationen. Ah, genau. Alles klar. Hier sind sie. Zwei Doktrinen für die Strategiekarte. Fortschrittlicher Ackerbau. Und die können wir jetzt raushauen. Die haben eine Vorbereitungskosten von 100. Oh, 100 Energies. Verdammt viel. Das sollten wir uns im Moment noch nicht leisten. Und dann gilt das. Reichsweit. Jede Kolonie bekommt plus 10 Produktion für jeden Waldsektor in ihrem Einflussbereich. Und weil es viele Idyllen haben, kriegen wir einen reichsweiten Nahrungsschub. Damit sollten wir abwarten. Wir sollten abwarten, bis wir viele, bis wir mehr Kolonien haben. Weil die 100 Energie, die geben wir nicht ständig aus dem Fenster. Die können wir nicht ständig raushauen. Das ist heftig. Also das schieben wir erstmal zurück. Schön, dass wir es freigeschaltet haben, aber das war es auch. Das können wir uns im Augenblick noch nicht leisten. Und hier läuft erstmal weiter die Produktion Siedler. Die lassen wir drin. Und hier können wir jetzt die nächste Forschung einstellen. Bei der Wirtschaftsforschung. Cyberoptimierung. Was bringt das denn? Boah. Alle Plätze für Produktion und Energie. In der Regel sind das ja Produktionen, die wir nutzen. Produziert plus zwei mehr Produktionen für jeden Kolonisten, der dort arbeitet. Klingt na viel, aber den größten. Wir haben ja nur eine Kolonie bislang. Den größten Teil der Produktion dort holen wir sowieso durch das Palastgebäude. Durch das zentrale Hauptstadtgebäude. Das bringt gar nicht so viel. Marina-Einsatz ist für Schiffe wichtig. Dann könnten wir was alles machen. Wir können Basen auf dem Wasser bauen. Wir können Einheiten in Transporten über das Wasser bewegen. Und die Zahl der benötigten Bewegungspunkte, wenn man auf Land über einen Fluss geht, ist reduziert. Dauert nur zwei Runden. Grenzanlagen haben wir schon erforscht. Gebietsüberwachung. Was bringt das? Wir können Beobachter einsetzen. Das ist eine Operation. Und die Station, dann haben wir mehr Sichtweite. Sensorenabdeckung. Die Station ist getarnt. Finde ich in Grenzgebieten wichtig. Finde ich im Augenblick nicht wichtig. Dann deckt den Standort jenes unerkundeten Herbeirufers auf, der der Zielkolonie am nächsten ist. Das bezieht sich vermutlich auf diese roten Felder auf der Karte, wo laufende Einheiten spawnen. Könnte sein. Ich kann nur mutmaßen. Und das dritte hier. Potenzialrang. Es ist ein Upgrade fürs ganze Imperium. Wo wir irgendwelche Ressourcen in Potenzialränge reinschaufeln können und dadurch Boni bekommen. Klingt cool. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Ginge in zwei Runden. Das behalten wir im Hinterkopf. Das ist auf jeden Fall spannender als der Marineeinsatz im Augenblick und als die Cyberoptimierung. Dann haben wir noch Produktionsentwicklung. Oh ja, das sind die Basisgeschichten. So dass wir, das müssen wir alles schnell holen. Nahrungsentwicklung. Damit wir solche Kolonie-Upgrades machen können. Werden wir gleich einen Produktions- oder Nahrungsentwicklungs-Upgrade uns als erstes holen. Hier in der Stadt. Das war hier das genau. Und die werden dadurch verbessert. Und die bauen wir jetzt hier. Und das können wir gleich in die Wachteschlange auch schon mal einstellen. Und da werden wir, was gibt es hier für Boni? Idylle, Nahrung, Nahrung, Nahrung. Es schreit nach Nahrung. Wir haben auch ein höheres Bevölkerungswachstum. Das heißt, wir werden in der Hauptstadt für den Hain, genau, das einstellen. Landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Zwei davon können wir insgesamt in der Kolonie bauen. Das heißt, in zwei unserer bis zu vier Sektoren, die wir haben werden, können wir auf Landwirtschaft spezialisieren. Ich stelle das mal in die Produktionsschlange ein. Das kommt also nach dem Siedler. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich selber habe mir das gerade so halb zusammengereimt. Mir scheint das aber plausibel zu sein. Ich hoffe, dir auch, Fox. Dann können wir hier den Kommandanten aufwerten. Sarai Lorek hat so viele Erfahrungspunkte bekommen, dass wir uns einen Helden-Upgrade holen können. Wir haben fünf Skillpunkte gerade bekommen. Das sind die verfügbaren. Sehschärfe. Ich hätte gerne mehr Sehschärfe. Der Held. Wir gucken mal kurz, was wir können. Wir haben ja fünf Punkte, wir können es auch mehrere kombinieren. Am Steuer. Was bringt denn das? Der Held kann Fahrzeuge ausrüsten. Ja, wir haben im Augenblick noch gar keine Fahrzeuge. Alle Angriffe haben fünf Prozent mehr Treffsicherheit. Nachkampfspezialisten. Nee, das ist ein Fernkämpfer. Fernkampfspezialist. Der verursachte Schaden um zehn Prozent erhöht. Das klingt wenig, ist aber cool. Wir hatten mehrfach die Situation, wo Einheiten, die wir beschossen haben, nur noch wenige Trefferpunkte hätten. Vitalität. Zehn weitere Trefferpunkte ist auch gut. Biologie-Experte. Ah, das ist das, wo ich eben drüber gesprochen habe. Als wir, erinnerst du dich, Fox, also zu Beginn des Streams darüber geredet haben, ob man eventuell die stärksten Einheiten in einer Heldenarmee zusammenfassen soll, weil manche Helden Fähigkeiten haben, von denen alle Einheiten in einer Armee profitieren. Und das wäre hier so eine. Deshalb ist die auch so farblich markiert. Der Held bildet seine gesamte Armee, die er kommandiert, im Umgang mit biochemischen Waffen aus. Und alle Einheiten der Armee haben plus zwei Widerstand gegen Giftkampfkotze oder wie immer das da heißt. Dann noch, ja? Das wird wahrscheinlich auch so eine Fähigkeit sein, die jede Fraktion ein bisschen anders hat. Also jeder Held wird da ein bisschen anders strukturiert sein. Ganz genau. Und deswegen, man möchte ihn unbedingt leveln und weiterentwickeln. Also diese Rollenspielelemente auch sehr schön. Dann haben wir hier noch Erneuerung. Damit kann er heilen. Das finde ich eigentlich cool. Können zwar nur einmal pro Kampf, aber das könnte sehr hilfreich sein. 30 Trefferpunkte heilen ist heftig. Und dann Kommandant der Bodenstreitkräfte. Alle schweren Bodeneinheiten erlangen zusätzlich Schaden. Wir haben noch gar keine schweren Bodeneinheiten. Wir haben nur leichte. Alle leichten Bodeneinheiten bekommen über den Kommandanten der Infanterie 10% mehr Schaden. Das wäre schon interessanter, weil die Einheiten, die wir haben, sind im Augenblick alles leichte Jäger. Alles leichte Einheiten. Das ist der zweite Spiegelstrich von unten. Gilt für alle diese Einheiten hier. Ist allerdings zu Beginn der Partie mächtig. Später nicht mehr. Weil später werden wir wahrscheinlich viele schwere Einheiten eher haben. Aber trotzdem finde ich es sehr spannend. Flugeinheiten mehr Schaden? Weiß nicht. Ruhige Hand. Er trifft aus der Deckung treffsicherer. Sehschärfe. Er kann weiter gucken. Störender Hack. Er sendet eine Störwelle aus, um ein Gebiet zu hacken. Also ich finde es am spannend. Also diese Heilung. Die Frage ist, können wir später Heileinheiten bauen? Können wir garantiert? Dann ist das mit der Erneuerung gar nicht so interessant. Am Anfang klingt das super cool. Aber auf Dauer haben wir wahrscheinlich spezielle Heiler immer dabei. Ich würde gerne gehen zu dem Kommandant der Infanterie. Denn auch wenn es auf Dauer nicht so viel bringt, leichte Bodeneinheiten zu boosten. Im Augenblick wird das heftig. Aber wisst ihr was? Wir gucken uns auch mal die Tier 2 Einheiten an. Die wir jetzt gleich freischalten. Die wir durch die Forschung fertig haben. Diesen hier, die Arborianer Wache. Die schauen wir uns mal an. Ob das auch eine leichte Einheit ist. Und das wäre die erste schwere Einheit. Und schon, wenn wir davon mehrere bauen würden, wäre der Skill, den ich mir gerade holen wollte, wieder komplett unnütz. Klasse. Ich glaube, wir sollten sagen, wir bauen demnächst viele schwere Einheiten und wir gehen auf den Kommandant der Bodenstreitkräfte. Weil wir holen, wir erforschen ja gerade so eine Einheit. Die werden wahrscheinlich stark bauen. Kostet 4 Punkte. Oder wir boosten ihn mal in. Und geben erstmal ihm mehr Trefferpunkte. Er hat ja noch nicht so viele. Da müssen wir uns um ihn noch nicht so Sorgen machen. Fünf Punkte haben wir. Diese Einheit hier oben, diese Arborianer Kommune. Was bringt die? Leichte Laserkanone, Dornenwurzeln, Schild, Tierpflanze. Oh, das ist ein Nahkampf. Ne, eine Fernkampffähigkeit. Über sieben Feldern weit kann er den Feind umringen, umschlingen mit dicken Wurzeln voller Dornen. Das war heftig. Aus sieben Feldern Entfernung. Er ist aber nur ein einmaliger Angriff. Blutunge zugeführt. Viele andere Sachen. Leichte Laserkanone. Das ist mir so eine Standardgeschichte. Kann sich selber eingraben und heilen. Thermischer Angriff, erhöhter Schaden. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Aber irgendwas müssen wir machen. Die Welt geht ja nicht unter, wenn wir uns jetzt die ein oder andere Sache holen. Wir können ihm auch beide Fähigkeiten im Prinzip geben. Ich gebe ihm mal das mit den leichten Bodeneinheiten. Davon profitieren wir jetzt sofort. Wir boosten ihn erst mal selber, weil das werden wir auf Dauer auch machen. Wir geben ihm die 10 Trefferpunkte braucht er auf jeden Fall. Die werden wir ihm sowieso früher oder später geben, weil wenn er weg ist, ist er weg. Und er hatte nicht viele Trefferpunkte. Und den Rest, das sammeln wir. Und geben ihm später noch was dazu. Wir können die Operationen vorbereiten. Das machen wir im Augenblick nicht. Das haben wir uns eben angeschaut. Und wir können mit Einheiten hin und her ziehen. Wir gucken, dass wir hier oben... Achso, wir wollten noch eine Forschung einstellen. Das war diese Forschung hier genau. Die Wirtschaftsforschung. Und da hatten wir gesagt, wir machen das mit der Nahrung. Wir stellen hier also die Weiterentwicklung von Nahrungsförderung ein. Dann wollen wir hier oben noch mehr aufdecken mit unseren Einheiten. Ah, da kommt auch gleich was. Das sammeln wir gleich ein. Da sind wir mit dem hier noch unterwegs. Der ist ganz im Osten. Wir wollten hier hochfliegen und wollten uns anschauen, ob wir hier eventuell in der Nähe von Amazonia mal weitere Dinge aufdecken können. Wollten wir zugleich einen Bogen machen, um diese Einheit hier. Wir ziehen hier einmal quer durch. Ja, jetzt ist er hier weg. Wir sind da wahrscheinlich auch nicht mehr in seiner Sichtweite. Und hier, uh, hier müssen wir aufpassen. Fliegen wir mal unten rum und decken hier noch mehr auf. Da ist auch was, was wir aufsammeln können gleich. Und es ist mehr Forschung. Das ist gut. 22 Forschungspunkte. Das heißt, eine Zweidrittelrunde, die wir gespart haben. Durch die Forschungspunkte, die wir gerade bekommen haben, haben wir diese Forschung schon abgeschlossen. Die Arborianerwache, die wir uns eben angeschaut haben, wäre jetzt von uns baubar. Wenn wir ein Spezialistengebäude haben, ich glaube, das ist ja das, was wir eben uns ausgewählt haben. Das heißt, jetzt sollten wir die Arborianer als Belohnung ausgewählt haben. Das heißt, jetzt können wir sie bauen. Wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Wir werfen mal einen Blick in unsere Stadt rein. Und hier steht sie. Amazone Arborianerwache, jetzt baubar. Okay, wissen wir Bescheid. Alles klar. Stellen wir aber erstmal nicht ein. Wir ziehen erstmal die anderen Sachen durch. Dann nächste Forschung. Marine Technologien. Schiffe. Urkontrolle. Eine weitere Mod. Wir haben mehr Widerstand. Ist das mehr Schilde? Das ist mehr Schilde, bekommen wir durch den fortgeschrittenen Instinktrekler. Das ist eine taktische Operation. Leichte Gedankenkontrolle dadurch möglich. Urbewusstseinsverstärker. Wir können nicht mehr flankiert werden. Generell nicht mehr. Das ist ja eine coole Sache. Also das hätte ich gerne. Das für unseren Helden und alle anderen Einheiten. Für biologische Einheiten. Wäre eine tolle Geschichte. Und der Rest hier. 10% mehr Schaden auf alle Fähigkeiten. Wenn wir diesen Mod jemandem geben. Ein Offensivmod. Zähflüssiges Gemisch. Das klingt aber auch gut. Dann machen wir das hier. So, und das ist unsere Hauptarmee. Und hier sind wir weiter mit den Sperren unterwegs. Wir sind im Südwesten der Karte. Wir hatten hier das Meer erkundet. Und hatten gesagt, hier links wollten wir hinfliegen. Weil wir das hier mal kennenlernen wollten. Wie das funktioniert. Die Wohnstätte vom Uruzock-Wachstum-Mutterknoten. Weil man da eventuell Handel treiben kann. Da bin ich jetzt schon neugierig. Dafür fliegen wir ein Stückchen nach oben. Ah, was ist das da? Ah, eine Armee. Die ein Forschungsschiff bewacht. Und was ist das hier? Auch ein Knoten. Eine Fraktionsbasis. Besitzer die Wachstum. Dieser Sektor wurde vom Wachstum eingenommen. Du kannst entweder mit seinen Mitgliedern verhandeln und befreundet bleiben. Oder sie mit Gewalt beseitigen und ihren Zorn auf sich zu ziehen. Das scheint auch keine der Hauptfraktionen zu sein. Weil die hätten wir dann über die Diplomatie. Im Diplomatie-Bildschirm. Nee. Das ist eine der kleinen Nebenfraktionen, die es im Spiel anscheinend gibt. Und sollen wir mal versuchen mit denen zu... Was können wir denn mit denen verhandeln? Wir versuchen mal. Wir gucken mal, ob wir mit denen eine Verhandlung machen können. Vermutlich muss man dafür neben die ziehen. Ja, weil so wird nichts angeboten. Wir ziehen mal neben die. Und, ähm, ja. Können wir jetzt verhandeln? Ich traue mich kaum, einen Rechtsklick auf die zu machen. Ich speichere mal kurz ab, weil ich habe keine Lust, dass mir hier... Weil ich draufziehe, ein Angriff durchgeführt wird, obwohl ich lieber verhandeln möchte. Oder irgendwie sowas komisches. Wir machen mal einen Rechtsklick hier drauf. Ah, tatsächlich. Genauso funktioniert es. Da war ein, schreibt mal Duk, ein NPC-Reiter im Diplomatie-Menü. Okay, gucken wir uns gleich mal an. Wachstum, geschätzter Symbiont Sarai Lorek. Das bin ich. Hättet ihr nicht gedacht. Wir sind das Wachstum. Wir leben seit Jahrtausenden in Symbiose, in Lebensgemeinschaft, mit unzähligen Organismen, in verschiedensten Systemen. Wo unsere Keimer auch landeten, haben wir uns ausgebreitet. Wir spüren deine Intelligenz. Und wir haben Interesse an einer solchen symbiotischen Beziehung auch mit dir. Dennoch, wir sind für vorsichtig. Sag, was begehrst du? Möchten wir mit denen, ja, also warum nicht friedlich mit denen spielen? Rechts sehen wir die Beziehungen. Das sind Handelssachen, die möglich sind. Und da geht es um Sektoren. Integration, Freundschaft, Frieden, Neutral, Krieg. Das sind die verschiedenen Stadien, die wir mit denen haben. Das Beste ist Integration. Das Schlimmste ist Krieg. Und wir sind im Augenblick auf der Stufe Neutral. Deshalb ist ja so ein blaues Symbol. Das steht für unsere Fraktion. Hier könnten wir auch ablesen, anscheinend, wie andere Fraktionen zu denen stehen würden. In jeder der fünf Phasen, die stehen würden. Ah, Diplomatie-Status, Neutral. Und wenn wir 20 Diplomatie-Punkte ausgeben würden. Das sind die hellblauen, das sind aber nicht die hier oben, ne? Sind das die Einflusspunkte? Nein, das ist irgendwas ganz anderes. Gunst. Ah, wir müssen... Gunst repräsentiert die Freundlichkeit, die du gegenüber dieser NPC-Fraktion in den Tag gelegt hast. Das heißt, das ist eine bilaterale, virtuelle Ressource. Ähnlich wie der Groll bei Civilization VI, Gathering Storm. Wer das Spiel kennt, weiß, was ich meine. Und das funktioniert im Verhältnis, im Bilatten-Verhältnis zu dieser Fraktion hat man einen Gunstwert. Und der kann anscheinend nur positiv sein. Und je mehr Gunst man sammelt durch freundliche Aktionen, dann kann man die irgendwann investieren in Aktionen. Aufträge, wir können sie bekommen durch das Abschließen von Aufträgen. Oder den Handel mit solchen Wohnstätten wie diesem hier, wo wir gerade vorstehen. Wenn ein gewisser Wert an Gunst erreicht wird, verbessert sich der Beziehungsstatus mit dieser Fraktion. Wenn wir Forderungen nicht nachkommen, wird die Gunst auf Null gesetzt. Das ist ja heftig. Geschieht dies, wenn der Wert bereits Null beträgt, zieht diese Fraktion sogar gegen uns in den Krieg. Das wäre ja noch heftiger. Okay, ist das hier ein Scrollbalken? Ja, aber nur ein ganz kleiner. Und was ist das hier? Nur in Wohnstätten Handel? Noch kann man keinen Handel treiben. Vermutlich, dass wir das hier noch nicht beantwortet haben. Und das sind die statistischen Angaben zu deren Sektor. Ich versuche mal, wie das ist, wenn wir mit denen gut auskommen. Wir sagen mal, sehen wir uns an, wie diese Blumen verwelken. Das wäre Krieg. Das machen wir nicht. Wir möchten mit euch eine symbiotische Beziehung eingehen. Eine kluge Wahl. Unsere Beziehung ist noch ein Schößling, aber wir benötigen Hilfe bei einem Problem, das wir nicht selbst lösen können. Könntest du uns dabei unterstützen? Die Belohnung dafür hast du bereits erhalten. Das sind die Quests, die mir am liebsten sind. Was können wir für euch tun? Wir haben die Belohnung schon erhalten. Welche soll denn das sein? Mal gucken. Vielleicht wird uns das gleich nur angezeigt. Salatkult? Nein. Es ist so schrecklich. Ihre Grausamkeit kennt keine Grenzen. Diese Kultisten kochen unsere Knollen, verzehren unsere Blätter und pflücken unsere Kinder von den Ranken, die sie in Scheiben schneiden, in Zucker einlegen und anschließend genussvoll verschlingen. Jeder Ranke erzittert bei dem Gedanken an den humanoiden Kult namens Vegetarier. Uh, diese bösen, mörderischen Vegetarier. Könnte mir nicht passieren. Ich ernähre mich grundsätzlich nur von Fleisch und von Aas. Da sieht man mal, wie mörderisch diese Vegetarier sind. Herrlicher Text. Schreibt Rubbel die Katz. Haha, schreibt Marduk. Sehr, sehr witzig. Der Salatkult. Wir müssen vier Einheiten des Salatkultes killen. Dafür haben wir zehn Runden Zeit und die Belohnung, die wir erhalten. Zehn Relation Bonus, also zehn Gunst Bonus. Zehn Einfluss Pauschal. Und 26 Nahrung. Die Frage ist, wo ist das? Das Blöde ist. Ach, schließen heißt, wir können uns das immer noch angucken. Vermute ich mal. Ich gehe mal auf schließen und wir gucken uns erst mal an, wo die sind. Wo ist der Salatkult? Wird uns das, wurde uns das gerade dauerhaft aufgesetzt, angezeigt? Hast du das erspäht? Nee, leider nicht. Nachricht von der Wachstumsfraktion. Enge der Eindringlinge. Wo ist der Salat? Es gibt leider nichts, wo man draufklicken könnte, um sich das... Hier! Nein, wir sind schon vor Ort. Das hier kann man draufklicken, aber dann gehen wir nur zur Enge der Eindringlinge. Das ist das Symbol. Das ist echt blöd. Wo ist der Salatkult? Ist das der Salatkult? Das ist der Salatkult. Ich hätte was gesagt, bei deiner Stadt. Hier ist er. Das ist er. Links neben deiner Hauptarmee. Der ist gerade entstanden. Das ist er hier. Das ist der Salatkult. Ah, enge der Eindringlinge ist der Sektor neben Amazonia. Und da stehen jetzt solche Feindeinheiten. Und das ist der Salatkult. Wir müssen vier von denen töten, aber hier sind ja nur drei. Die Armeestärke ist gering. Das sollten wir eigentlich schaffen. Wir müssen also noch weitere vom Salatkult suchen noch. Aber die werden wir sicher finden. Wir nehmen die Mission mal an. Wir hoffen mal, dass sie nicht daran scheitern wird, dass wir keine vierte Einheit entdecken werden. Vielleicht müssen wir abwarten, bis da eine vierte Einheit entsteht noch. Ich weiß es nicht. Ihr Lieben, wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde gespielt. Wir haben eine halbe Zeit von der Nacht. Wir machen morgen weiter. Ich muss ein bisschen bei Kräften bleiben. Uns am Sonntag steht uns ein siebenstündiger Stream ab 16 Uhr bevor. Ich mache jetzt mal den Deckel hier drauf. Das war der heutige, der zweite Livestream mit Age of Wonders Planetfall. Weiter geht es am Samstag ab 20 Uhr bis 24 Uhr. Und dann am Sonntag, den 18. Mai, das große Preview-Finale. 16 Uhr bis 23 Uhr werden wir euch für euch weiter streamen. Aufzeichnung Stopp. Im Chat kann ich gerne noch ein paar Sätzchen und ein paar Minuten mit euch ein Schwätzchen halten.